Mathe Oberflächen erzeugen sehr subtile, haptische Emotionen. Dadurch machen sie besonders auf Unifarben eine gewisse Natürlichkeit möglich. Durch den Einsatz von matten Oberflächen auf Unis oder Materialien erzeugt man sofort eine wertige Optik. Vor allem Produkte des täglichen Gebrauchs nutzen eine matte Optik und Haptik für ein besonders wertiges Produktdesign. Sie lassen sich dadurch auch hervorragend als Deko-Element einsetzen und werden somit nicht mehr nur auf ihre Funktion reduziert. Im Küchenbereich, in dem jahrelang Glanzoptik sehr gefragt war, wird jetzt die matte Oberfläche immer beliebter. Diesen Trend findet man sowohl auf den Möbeloberflächen als auch auf Armaturen oder der Spüle. Untertitelung des ZDF für funk, 2017